Ich spiel nicht, Anduin spiel BAM 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 Krügel-Action mit Schwerf Ich hab's nicht gehört Ich weiß Nein, ich spiel nicht, Varian Ich spiel irgendwas anderes Ich spiel, ah, ah, ah Wie heißt sie? Nein, ich spiel BAM, Johanna Nein, Kampfassassinen, Nahkampfassassinen Heiler und Unterstützer will jetzt nicht umgehen spielen Irgendwas heilendes oder unterstützendes oder tankendes oder schaden machendes Okay Bin wieder da Okay Fabi ist noch nicht wieder da, aber ich bin da Bin wieder da Ja, ja, wie weh Alter, als ob ich echt ihn spiel BAM, Jaina gekillt Alter, als ob ich die ganze Zeit auf Cover Boah Ja doch, was Das ist mal leid Ähm Ich find das tatsächlich ziemlich rein, ich hab gedacht, du spielst Varian Wo ich zurückkein bin und hab gesagt, na, ich spiel Varian Und dann haben wir gedacht, fickt das Das war genau in der Reihenfolge Äh Boah, geil Nice Absolut Nice Na, mal da Bissle Taschen geklickt Oh, DHK, komm her, Bruder Hau da Richtiger Ich bin tot Alter Bin da voll am ficken Achso, ich bin tot Achso, ich bin tot Achso, ich bin tot Was? Jetzt spielst du Fury Darn Ja, da haten dann alle Tatsächlich, äh, spiele ich jetzt im Rank sehr oft im Fury Darn auch Mhm Und da wird im, jeder der was Ahnung hat im Rank, da spielt man auch Fury Darn Meiner Meinung nach, so Aber ich bin am Weg zu dir, ich bin am Weg zu dir Kein Stress Ich brenne grad nur ein bisschen Ihr brennt vor Leidenschaft Und ich werde euch meine Gäste gewähren Fabi brennt vor lauter Leidenschaft Ja, und weil mich, äh, der Kollege, äh, was wie hast du, Blaze angezündet hat Das ist vielleicht ein anderer Grund Ich mag Clans mittlerweile ehrlich gesagt sehr Mhm Solange Tatsache, dass ich ihn einfach zurückholen kann Na, du gehst jetzt nicht weg Du greifst mich jetzt einfach an, du Witz Ja, und die haben mich ja auch zurückge-ge-carried Also jetzt war es so eine gute, krasse Kombiage wieder Um es ihn einfach nicht tot zu kriegen Oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Ich muss da weg Oh shit Wer kann mich denn nicht wirklich heilen? Um es ihn einfach nicht tot zu kriegen Halt hoch, ich bin fast da Sehr gut Hä Ich bin kurz einmal, äh, in der Base Aber den hab ich jetzt nice gefickt, den Varian Wow, what? Äh, not in the place Ah, den hab ich jetzt voll hart ge-carried Bitte vereine Äh Äh N-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n Wollen wir uns Tribut, Tribut, Tribut Tribut Oh schau, da sind sie schon alle im Stüssel Jaina, Jaina muss sterben Jaina ist tot Hauen, 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 hauen Ich bin dabei Ich war gerade betäubt Oh mein Gott Naja Um es ihn einfach nicht tot zu kriegen Alter, das war jetzt die Kombi des Todes NUNI Oh, das war das jetzt Oh shit Alter, warte, warte, warte Um es ihn einfach nicht tot zu kriegen Okay, ist egal Ich bin tot, aber Aussie ist auch tot Na Ich bin auch tot Jawoll, Alter Da war er schon Down Nice Na 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 Ah, warte, 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 ich bin gleich da Ja, ist zu spät Ich muss hier ein wenigstens Wutsch Um es ihn einfach nicht tot zu kriegen Aber es war eigentlich, war es bis jetzt okay Okay, ja Kann schlimmer sein Oh fuck Wir müssen ihn einfach nicht tot zu kriegen Wir sind oben durch Ja, sie haben gerade den zweiten Tribut gekriegt Wofür sind wir oben durch Warum sagt man Die Tatsache, dass der Doosan 2005 heißt Dass er 14 ist Was? Was? Ähm, was? Was? Warum sagt man die Tatsache, dass er Doosan 2005 heißt Dass er 2005 geboren ist What the fuck? Was? Gute Frage Warte, er kommt zu dir, er kommt zu dir Oh ja, Mann Gönn dir, ah Na 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 Das hält dir aus Der ist tot So ein Idiot Ja, das tank hat er sich jetzt aber über mich Warte, 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 renn, renn, renn zurück, renn zurück, genau Renn, renn, ja Aber er ist tot Ich hab keine Ahnung mehr, warum ich Tank genommen hab Um es ihn einfach nicht tot zu kriegen Na, da zündet der Eisblock Er ist tot Ja, das nützt ihm aber gar nichts Um es ihn einfach nicht tot zu kriegen Nein Nein Go Go Jaina, jawohl Ja Go Go Power Rangers Nice Nice Wir sind zwar drauf gegangen, aber wir haben das gut gemacht Ja, wir sind beide drauf gegangen Um es ihn einfach nicht tot zu kriegen Aber ich hab das echt verdammt Ja, und auf vier War nice Good fucking game Ich bin Darius, 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 Darius. Ich hab nicht gewusst, woher das Lied kam und jetzt haben wir auch gedacht, ich mach mal so und du wirst erkannt. Das ist wunderbar. Dafür gibt's 10 Punkte. Was? Was? Was kennst du? Ich hab gesagt, es gibt 10 Punkte dafür, dass du das Lied erkannt hast. Welches Lied? Ich bin Darius, 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 Darius. Hast du das gerade gesummt? Hast du das nicht mitgekriegt? Dann war das unterbewusst. Ja gut, ist auch ok. Nein, Panso! Panso ist tot. Lebst du noch? Ja, lebe noch. Komm mal zu dir. Jaina, du bist so mitgekündigt, würde ich behaupten. Oh shit. Wie bist du da hinten reinkommen? Mit massiv viel Skill. Und mit meiner Ulti. Und mit meiner Ulti. Weg da, Kim. Oder Schluss. Was davon macht Sinn. Aber was hat der Ultimate damit zu tun? Geh weg da. Ich darf schon nicht sterben. Mit meiner Ulti. Ich bin eure Ulti-Strike. Sie sind schon auf meinem Weg. Rhein, überdrüssig. Ich bin eure Ulti-Strike. Sollte mich dann mehr auf dem Blut. Du 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 du. Du 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 du. Ha 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 ha. Du bist schon jetzt sterben. NANI!!! Naah. Du darfst jetzt nicht sterben. Und wir sind einfach nicht tot zu kriegen Der ist gar nicht gestorben Warum, warum rennst du nicht? Ich habe dir das Leben gerettet Ich wollte dir das Leben retten Ich habe extra jetzt bin ich übel zurück um dir das Leben zu retten Alter und dann rennst du nochmal zurück und On my variant Und wir sind einfach nicht tot zu kriegen Ich bin wieder tot Aber Jaina ist schon 15 mal tot gesagt Wir können das gewinnen jetzt Wir können sowieso gewinnen mehr Darin gibt es gar keinen Zweifel 44 von ihnen getötet und sie 21 Ich verstehe tatsächlich Leute nicht die sagen LOL ist so viel kom... also das ist eigentlich nur ein unkompliziertes LOL Wo ist ein LOL eigentlich... äh... League of Legends eigentlich Ja außerdem finde ich es das bessere LOL Es ist spielerisches Besseres Es ist von der Engine her besser Es ist von allem her besser Es ist von den Charakteren her besser Es spielt sich besser Es sieht besser aus Bei LOL brauchst du einfach überhaupt keine Strategie um deinen Charakter aufzubauen Du kraftst immer genau die gleichen Sachen Du's killst genau gleich Weil du's killst ja nicht Du kraftst einfach nur deine Angriffe jede Stufe Also von dem her muss ich sagen Absolutes Unkompliziert nicht meinerseits Ja Ich hab LOL echt jetzt auch wieder mal vor kurzem probiert zu zocken mit dem Leute aus der Gilde Allerdings hat mir das einfach überhaupt nicht interessiert BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Kann die im Wasser verstecken Nice Geh mal rauf zu Hanso Und ficken die zwei weg Andere Seite Geh mal von rechts Ah schau Er kommt jetzt genau mit das Ding Oder her Chana Oh Chana ist tot Oh 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 Ophara Oh mein Gott Ophara ist so gut Oh hallo Oh fuck Ich muss mich kurz zurückziehen 300 Leben Und dann so direkt zum Tribut Bisschen unter Druck setzen Aber wir haben das eh gewonnen So wie so das ist vorbei Das ist schon vorbei GG Nice War eine gute Runde Auf jeden Fall Nice 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 Wir haben glaube ich effektiv gar nichts getan Doch Wir waren sehr gut Wir waren wunderbar Bollower Ciao Dann bin ich noch Bollwerk 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 Brauch nix Bis dann Ciao dabei Ciao dabei Ach sie Sie Ich bin Aaaaah ja Ich bin